Hallo Leute draussen, hier ist der einsame Wanderer. Ich habe hier was gefunden und zwar niedrige Hürden für Einbürgerung beschlossen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber dazu muss ich meinen Senf natürlich abgeben. Boah, das ist ja mein Lieblingsthema, ist die konstante Flutung und ich gehe davon aus, dass das dazu beitragen wird. Schauen wir mal rein. Gut, da haben wir geäußert. So, jetzt geht's los. Das Bundeskabinett hat neue Regeln für eine schnellere Einbürgerung beschlossen. Die nun etwa schon nach 5 Jahren möglich sein soll. Ich sage übrigens, Video zum Migrationspakt von 2018 gucken. Kleiner Tipp. 5 Jahre und so. Kritik kommt von der CSU, die falsche Migrationsanreize befürchtet. Das ist so lustig und so lächerlich, wie sie Opposition spielen. Die machen genau das gleiche. Das ist halt ein reines Schauspiel, das sich jetzt als Opposition irgendwie auffüllen. Und jetzt Migrationskritiker, die haben es doch gemacht. Die CSU und die CDU sind noch die treibenden Kräfte gewesen. 2015. Kanzlerin Merkel. Das ist komplette Verarsche, dass die jetzt hier so tun, als wären sie die, sozusagen, wie soll ich sagen, die Widerstandskraft. Komplett lächerlich sowas. Wer gut integriert ist, soll künftig einfach den deutschen Pass bekommen. Das Kabinett stimmt am Mittwoch einem Gesetz von Innenministerin Nancy Faeser zu, das nicht nur Anforderungen senkt, sondern auch mehr Staatlichkeit zulässt. Für die Einbürgerung gelten aber weitere Bedingungen zur wirtschaftlichen und demokratischen Integration. Wer gut integriert ist. Was heißt gut integriert? Für unsere Regierung ist gut integriert deutlich anders definiert als für mich. Das muss man mal ganz kurz dazu sagen. Und ich vermute auch für euch ist es anders definiert. Mit der Reform will die Bundesregierung Deutschland unter anderem für Fachkräfte attraktiver machen. Das ist lächerlich. Das ist gelogen. Es geht darum, Deutschland zu fluten. Es geht nada, null, überhaupt nicht um Fachkräfte. Schwachsinn. Wir machen die ganze Show seit mindestens 20 Jahren. Und immer wird erzählt, Fachkräfte. Also wisst ihr, wenn wir seit 20 Jahren Fachkräfte sammeln, dann müssten wir sie irgendwann nochmal haben. Dann müsste die Wirtschaft ja brummen ohne Ende. Und dann wären die nicht alle im Bürgergeld. Also sollen wir nicht so ein Mist erzählen mit Fachkräften suchen. Das ist einfach eine fette, dreiste Lüge. Und du machst Deutschland in so einer Reform nicht attraktiver. Denn du kommst nicht hierher als Fachkraft, um dich einbürgern zu lassen. Als Fachkraft geht es dir darum, hier zu arbeiten und Kohle zu verdienen. Und ein nettes Leben zu haben, eine Rechtssicherheit, nicht abgestochen zu werden auf der Straße etc. Das interessiert dich. Die Staatsbürgerschaft ist doch nicht das, weswegen du kommst hier. Die Leute gehen doch auch nicht in die Schweiz arbeiten, weil sie die Schweizer Staatsbürgerschaft haben wollen. Nein, die gehen dahin, weil die Löhnen so gut sind. Und die Strukturen etc. Das ist hier einfach nicht. Im Gegenteil, wir sind auf dem absteigenden Ast. Komplett lächerlich. Und es ist immer die gleiche Lüge, die aufgetragen wird. Immer und immer wieder wird sie wiederholt, bis sie zur Wahrheit wird. Gut. Zulich, dass wir Anreize setzen, hier zu Lande Westers Fuß zu fassen und in die Gemeinschaft anzukommen. In der Gemeinschaft anzukommen. Wisst ihr, es muss nicht alles der Staat machen. Und das ist dieser Nanny-Staat. Wieso sind wir immer in der Pflicht, das zu machen? Da können sie sich selber drum kümmern. Was meint ihr, wie ich hier in Schweden stehe? Wir müssen mich auch um alles selber kümmern und versuchen, dahin zu kommen. Da nimmt mich nicht keiner an die Hand hier und pimpe. Ich wollte das böse Dinge sagen, aber streichelt mich. Sagen wir, streichelt mich. Ist nett zu mir. Nimmt mich an die Hand. Sowas passiert hier nicht. Grundsätzlich soll es schon nach fünf Jahren Aufenthalt möglich sein, den deutschen Pass zu beantragen. Und das ist genau der Punkt. Damit sind die ganzen Leute in der Flüchtlingskrise 2015 potenziell dabei. Und auch vor allen Dingen die Leute, die so lange geduldet werden, die keinen Asylstatus bekommen, aber geduldet werden, wenn die lang genug hier sind, können sie sich einbürgern lassen. Das ist uns auch der Plan dabei, denke ich. Wer eingebürgert werden will, muss sich zugleich zu den Werten einer freiheitlichen Gesellschaft bekennen. Ja, was heißt das? Ich unterstreibe einmal einen Zettel und sage einmal, ja, ja, und das war es dann. Das ist doch ein Lippenbekenntnis, was hier eingefordert wird. Ja, ist doch klar. Das ist auch nicht neu, dass das so ist. Ja, viele Leute lassen sich einfach nur einbürgern deshalb, weil sie hier dann arbeiten können. Ich kenne das selber aus dem privaten Umkreis. Da hat sich nicht irgendwie für die, sage ich mal, die Wertestruktur, mit der sie aufgewachsen sind, geändert danach. Sie sind immer noch von ihrer Identität so. Aber sie haben den Schritt halt gemacht, wegen der Arbeitserlaubnis. Ich kenne da einen Fall, ne? Gut. Ausdrücklich ausgeschlossen sind da Menschen, die aus antisemitischen oder rassistischen Motiven Straftaten begangen haben. Voraussetzung soll auch sein, dass man seinen Lebensunterhalt in der Regel ohne Sozialleistung bestreiten kann. Ähm, Straftaten begangen haben, nee, nee. Ich denke nicht, dass es begangen ist, sondern, dass die Straftaten begangen haben, die auch verfolgt und abgeurteilt worden sind. Und wenn wir überlegen, was hier oft passiert, dann laufen die Leute rum, Juden ins Gas, rufen sie auf irgendeine Demo. Ja, passiert gar nichts. Null passiert. Ja? Und solche Leute sind dann ja offiziell ganz nette Menschen. Die haben ja keine Straftaten begangen, weil die ja nicht bestraft worden sind, weil es nicht verfolgt wird. Und das wird es ja nie. Überlegt euch mal, wie oft wir das jetzt bei irgendwelchen arabischen Demos hatten, dass diese antisemitischen Sprüche kamen. Da haben sie alle mal aufgeregt. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, und am Ende passiert immer nichts. Gar nichts passiert da. Ähm, ja. Eine Voraussetzung soll auch sein, dass man seinen Lebensunterhalt in der Regel ohne Sozialleistung bestreiten kann. Wenn das wirklich so wäre, wenn das wirklich so wäre, ja, dann wird dir so gut wie keiner eingebürgert. Also das ist ein Punkt, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ganz ehrlich. Nach dem Beschluss im Kabinett wird der Gesetzentwurf an den Bundestag weitergeleitet. Erst wenn das Parlament zustimmt, kann er in Kraft treten. Dobrindt Ampel provoziert die weitere Polarisierung in der Gesellschaft. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wirft der Ampel-Koalition einen leichtfertigen Umgang mit dem Staatsbürgerschaftsrecht vor. Sie zerstöre damit den gesellschaftlichen Konsens der vergangenen 20 Jahre, sagte der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten der Deutschen Presseagentur. Das Problem, was ich hier sehe, ist eben Deutschsein, Kultur, Sprache, Ethnie. Ist alles egal. Wer hier lebt, ist deutsch. Es ist eine reine, Deutsch ist eine reine, wie soll ich sagen, Deutsch ist eine Hierseinsgeschichte. Es ist eine lokale Verortungsgeschichte. Es hat nichts mehr mit Kultur oder Kommunikation, Historie oder so zu sehen. Nur noch mit, bist du hier standortmäßig oder nicht. Das höhlt völlig aus, was einmal Deutsch war und zerstört uns kulturell, zerstört unsere Identität, sodass wir eben auch uns nie wieder erholen werden davon. Diesmal wird es endgültig gemacht, was man mit dem Zweikriegen nicht geschafft hat. Während Zeiten immer noch erhöht sein, bei der Migration auch noch die Voraussetzungen für den deutschen Pass absenkt, provoziert die weitere Polarisierung in der Gesellschaft, warnte Dobrindt. Ja, das ist richtig, aber tu doch nicht so, als wärst du Opposition. Ihr habt es doch gemacht, 2015. Ihr wart doch alle dabei. Ihr habt doch alle mitgemacht. Ihr wart doch alle voll geil. Ihr habt eurer Kanzlerin Standing Ovations gegeben. Das ist so ein Narnenschauspiel, was hier läuft. Die machen das alles. Es ist ein großer Plan, was hier läuft. Und es ist einfach das geplante Schauspiel. Der, der in der Opposition ist, tut immer so, als wäre er dagegen. Und wenn er dran ist, macht er das gleiche wie die anderen. Und das ist ja kein Zufall. Es ist doch bekannt, wie es läuft. Es ist doch kein Zufall. Es ist gewollt so. Es geht darum, uns maximal zu fluten. Es geht um Austausch und Großen. Es geht um, ich sag mal, Zersetzung. Oh, böser Nazi-Begriff, ne? Aber das ist doch relativ klar. Du kannst mir doch nicht erzählen, also wenn ich ganz naiv bin, ja? Mit dem Klammerbeutel gepudert worden bin. Selbst dann muss ich doch nach 2015 verstehen, nee, warte mal, irgendwie, da passt nicht so. Selbst wenn ich wirklich nichts gerafft habe. Also spätestens nach 2015 müsste ich es mal gerafft haben. Eine schnell erreichbare deutsche Staatsbürgerschaft wird zusätzliche falsche Migrationsanreize setzen. Die Staatsbürgerschaft müsse am Ende eines Integrationsprozesses stehen und nicht am Anfang. Ja, ich füge hinzu, sie muss eine Ehre sein. Sie muss eine Ehre sein. Eine Belohnung für gutes, langjähriges Verhalten. Es müsste so sein, dass wir eine Gemeinschaft hätten, eine hochwertige, qualitative, eine edle. Und der, der eingebürgert wird, der müsste dankbar sein dafür, müsste sich die Hände lecken danach, dass er deutsch sein darf. So wäre es richtig, wenn es eine Ehre wäre. Aber hier, guck dir doch die Lappen an in Deutschland. Guck dir doch an, wie die deutschen Politiker sich im Ausland verhalten. Es ist doch peinlich. Wer will denn deutsch sein? Ganz ehrlich, Deutschland ist völlig unattraktiv. Du wirst ausgepresst wie eine Zitrone, hast ein gebrochenes Rückgrat, stehst dafür, dass du immer mitläufst, auch noch Kriege treibst inzwischen und keinen Bezug zur Kultur hast, zur eigenen Sprache und keine Liebe für dich selbst und eigentlich dich immer nur in den Staub wirfst. Da ist nichts Edles, keine Stärke und auch keine kulturelle Stärke mehr, keine geistige Stärke mehr, wie wir das früher mal hatten. In guten Zeiten, wo die Deutschen die Domellpreise geholt haben und wo wir in Wissenschaft und Kultur weit nach vorne gekommen sind und anderen ein Vorbild waren, das ist schon lange vorbei. Wir sind ein ganz schlechtes Vorbild. Niemand will so sein wie wir, normalerweise. Die meisten jedenfalls nicht. Naja, eine Express-Einbürgerung, niedrige Voraussetzungen fördert keine Integration, sondern erschwert sich. Ja, das ist richtig. Aber trotzdem leckerlich, dass jemand von der CDU das sagt hat. Der grüne Fraktionsvize Konstantin von Notz hält Teil der Reform für ungerecht. Er kritisierte am Mittwoch in rbb24-Inforadio eine Voraussetzung für die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Antragsteller muss in der Lage sein, seinen Lebensunterhalt selbst und Unsozialleistungen zu bestreiten. Dies diskriminiert bestimmte Gruppen zu seiner Kritik. Ja, natürlich. Bitte gib ihm noch ein Familienhaus und eine lebenslange Alimentation, bevor wir ihn einbürgern. Gründe und solche. Alter. Also ich will nicht sagen, dass alle so sind. Gar nicht. Aber es gibt echt bei den Grünen so viele Volksfeinde. Das ist unglaublich. Das klingt wieder so Nazi, was ich heute sage. Aber es ist einfach so. Diese Ungerechtigkeiten sollte man versuchen, aus der Welt zu schaffen. Wenn Sie zum Beispiel eine alleinerziehende Person haben, die eben aufgrund ihrer Belastung, auch durch die Pflichten in der Familie, die sie trägt, den eigenen Unterhalt nicht voll finanzieren kann, dann kann die die deutsche Staatsbürgerschaft nicht bekommen. Ein Mensch mit Behinderung, der das nicht kann, kann die deutsche Staatsbürgerschaft nicht bekommen, sagt er. Entschuldigung, sind wir dafür da, die ganze Welt durchzufüttern? Und dann auch noch einzubürgern? Alter, es kann doch nicht das Ziel sein, Leute, die für den Lebensunterhalt selbst nicht sorgen können, warum auch immer, und da weise ich ihnen gar keine Schuld zu, dann einzubürgern. Da muss der eigene Sozialstaat für leisten. Das kann doch nicht sein, dass, wenn ich meinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, ich ins Ausland gehe und dadurch gepampert werde. Mir schenkt doch auch keiner was hier. Ich muss ja auch arbeiten, um in Schweden zu sein. Das ist eine Haltung, bezahl die ganze Welt, bürger sie alle ein, scheißegal, was mit Kultur und Sprache ist, oder mit Straftat oder sonst was. Völlig egal, dass sie alle in die Sozialsysteme einwandern, weil es toll ist. Die Grünen haben auch überhaupt gar keine Sicht, die in irgendeiner Form realistisch ist, was Wirtschaft angeht. Die haben wirklich überhaupt keinen Plan von Wirtschaft. Für die wächst, genau wie für die Soz, das Geld auf den Bäumen. Gut, ich bin heute wieder wirklich bösartig, klischee-lastig, ich weiß. Aber meine Güte, ey, so viel Dummheit auf einem Haufen. Aber gut, ich sag's ja immer so viel Dummheit, und ich weiß ja, oder ich sag's ja auch immer wieder, nee, es ist häufig, es ist Dummheit, ja. Aber vielerorts ist es auch Bösartigkeit, und zwar geplant. Naja, gut. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Ba, 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 ba. Hm, hm, hm. Und wir sind übrigens, man muss ganz kurz noch mal dazu sagen, wir sind ja die Nummer 1 bei der Einbürgerung in Europa, ne? So viele wie zu uns kommen nirgends. Und dann sagten die uns noch so, ja, so Schlepperei, ob sie, ist kein Pullfaktor, und am Geld liegt es auch nicht, dass sie herkommen. Ja, ist klar. Und deshalb bürgern von dir jetzt auch noch alle ein. Also, ähm, das ist aber das Schlimme, das muss ich nochmal ganz hart meckern. Warum ist das so? Das ist so logisch durchschauen, das ist auch nicht erst seit gestern so, und das war auch vor 2015 schon klar. Unsere Bundesbürger warten darauf, dass sie gerettet werden, haben keinen Rückgrat, mal die Wahrheit zu sagen und ihre Meinung zu sagen. Sie haben nicht mal das Rückgrat, egal wie schlecht es ihnen geht, mal auf die Straße zu gehen. Nicht mal jetzt, wo wir wirtschaftlich abkacken, sind die bereit, mal auf die Straße zu gehen, wie ihre Rechte zu kämpfen. Wir sind ein solches Lappenvolk geworden. Und da muss man leider auch sagen, wenn ich mich wie ein Lappen verhalte und wie ein Schaf, dann wird man mich entsprechend behandeln. Gut. Für die Stimmung war das Video jetzt wahrscheinlich nicht so gut, aber so ist es halt. Ich begleite diesen Prozess. Ich bin hier der Beobachter des Untergangs sozusagen. Weil ich es kann. Und weil irgendwer mal klare Worte sprechen muss. Gut. Ich würde sagen, teilt das Video. Kommt auf Twitter, kommt auf Getter, kommt auf TikTok, TikTok, kommt auf Instagram, teilt mich, liked mich, abonniert bitte Glocke an und so weiter. und bitte sofort rüber gehen. Bissig und Böse und dort bitte in unserem Live-Kanal, im Streaming-Kanal, bitte ein Abo dalassen. Immer um Montags um 19.30 Uhr. Solange wir das jedenfalls durchhalten. Also von daher, unterstützt uns da bitte und teilt uns und kommt dann Montag mal vorbei. Das war's von mir. Wir sehen uns bald wieder. Auf geht's. Ne? Ich höre gar nichts klicken bei euch. Jetzt hier klicken, Abos und so. Ich höre gar nichts klicken.